Immer wieder werde ich in den Kommentaren nach Schauungen gefragt, die gut ausgehen. Damit kann ich leider immer noch nicht dienen. Jedoch gibt es Prophetien, die sehr kurios sind. Und da ich beschlossen habe, euch von Zeit zu Zeit auch mal solche Schauungen vorzustellen, eben um euch auch mal unterhalten zu können, habe ich heute genau dafür eine Seherin gefunden. Begleitet mich also zu Mary Bateman und das sehende Huhn. Bei meinen Recherchen stoße ich ab und an auf kuriose Geschichten. Dieses Flugblatt ist ein Teil davon. Es erzählt die Geschichten von Menschen, die am 20. März 1809 am Galgen in York Castle hingerichtet wurden und wurde gedruckt, um am Tag der Hinrichtung an die Menge verkauft zu werden. Es handelt sich bei dem armen Tropf um eine Frau namens Mary Bateman, aber eines der Details stimmt nicht. Das Flugblatt erzählt uns folgendes. Mary Bateman, 41 Jahre alt, verliert ihr Leben wegen Hexerei und Mordes. Das kann nicht richtig sein. Das englische Recht erlaubte es Gerichten, Menschen wegen Hexerei zu verurteilen und hinrichten. Aber diese Gesetze wurden 1736 aufgehoben, fast 80 Jahre vor Marys Prozess. Meine Neugier war geweckt. Nach ein wenig Suchen stoße ich auf anderen Quellen und daraus erfahren wir, dass Mary überhaupt nicht wegen Hexerei verurteilt wurde. Sie wurde für den Mord an einer Frau namens Rebecca Perrigo hingerichtet. Aber wir erfahren auch, dass Mary behauptet hatte, über unheimliche Kräfte zu verfügen. Sie hatte ihre Dienste als sehende Frau verkauft. Sie sagte die Zukunft voraus, stellte Zaubersprüche her und erfüllte andere spirituelle oder übernatürliche Aufgaben gegen Geld. Warum also erwähnte die Zeitung Hexerei, wenn das nicht stimmte? Obwohl das Rechtssystem Anschuldigungen wegen Hexerei nicht mehr als gültig anerkannte, war die Vorstellung der Hexe in der Vorstellung der Menschen sehr stark verankert. Die Zeitung benutzte das Wort, um die Aufmerksamkeit ihrer Leser zu erregen und zu halten. In Zeitungen ging es mehr um Klatsch und Unterhaltung als um Nachrichten. Sie neigten zu Sensationsjournalismus und waren dafür bekannt, die Fakten auszuschmücken, um eine bessere Geschichte zu erschaffen. Sehr seltsam das Ganze und all dies wirft neue Fragen auf. Wer war Mary Bateman? Und was ist wirklich passiert? Die Geschichte lässt sich aus Zeitungsberichten und anderen Quellen rekonstruieren, die um die Zeit ihrer Hinrichtung herum veröffentlicht wurden, sowie aus erhaltenen Gerichtsakten. Jedenfalls finde ich dies in den Niederschriften über die gute Frau. Aber wie bei dem Flugblatt müssen wir bei der Verwendung dieser Quellen vorsichtig sein. Wir müssen bedenken, dass keine Quelle die Wahrheit oder Genauigkeit garantiert. Wir haben auch keine Quellen, die uns in ihren eigenen Worten erzählen, was Rebecca Perrigo über ihre Interaktionen mit Mary Bateman in den Monaten vor ihrem Tod dachte. Eins können wir aber ausschließen, sie war definitiv keine Seherin, als das, was sie mir am Anfang angekündigt wurde. Ich hätte sie eigentlich ad acta legen können. Jedoch ist diese Geschichte viel zu spannend, als dass ich sie euch vorenthalte. Schauen wir also, was ich damit meine. Marys frühes Leben war gewöhnlich. Sie wurde 1768 als Mary Harker in einer Kleinbauernfamilie in Asenby in der Nähe von Thursk, einer Stadt nördlich von York, geboren. Wie viele Mädchen ihrer sozialen Schicht lernte sie lesen und schreiben und wurde für ein Leben als Hausfrau und auf dem Bauernhof erzogen. Im Jahr 1780, als sie etwa 12 oder 13 Jahre alt war, nahm sie eine Stelle als Hausangestellte in Thursk an. Das war normal für Mädchen aus Marys Umfeld, die damit rechneten, einen Dienstjob anzunehmen, bis sie bereit waren zu heiraten und eine Familie zu gründen. Aber anders als die meisten Kinder hatte Mary bereits angefangen zu stehlen. Ihre erste Anstellung hielt nicht lange und in ihren Teenagerjahren hatte sie mehrere Arbeitgeber. Mit 15 ließ sie sich in Leeds nieder und nahm eine Stelle als Schleier- oder Mantormacherin an. Das Nähen von Kleidern war sehr schlecht bezahlt und Mary entwickelte einen Nebenerwerb als Wahrsagerin. Im Jahr 1792 heiratete Mary im Alter von 24 Jahren einen Stellmacher namens John Bateman. Nach ihrer Heirat begann sie in größerem Stil zu stehlen. Aufzeichnungen zufolge stahl sie Leute, die in denselben Unterkünften lebten, in denen sie und ihr Mann Zimmer gemietet hatten. Sie beging auch Betrug. Sie kaufte in Geschäften in Leeds im Namen von Stammkunden ein und ging von Tür zu Tür, um Wäsche und Kleidung für Kranke und Arme zu erbetteln. Anschließend verpfändete oder verkaufte sie die Sachen zu ihrem eigenen Vorteil. Die erhaltenen Aufzeichnungen deuten stark darauf hin, dass ihr Ehemann zunächst keine Ahnung von ihrem geheimen Leben als Krimineller hatte. Doch eines Tages kam er nach Hause und musste feststellen, dass Mary alle Möbel verkauft hatte, um eines ihrer Opfer zu bezahlen. John Bateman trat bald der Armee bei. Es wird vermutet, dass er dies tat, um Mary aus Leeds wegzuholen, und dass er hoffte, ihren Teufelskreis des Stehlens zu durchbrechen, um ihre früheren Diebstähle wieder gut zu machen. 1799 kehrten sie nach Leeds zurück, und Marys Ruf als weise Frau begann sich zu festigen. Weise oder sehende Leute waren Menschen, die eine Reihe von Dienstleistungen anboten. Dazu gehörten zur damaligen Zeit Hilfe bei der Suche nach verlorenem Eigentum, die Heilung von Krankheiten bei Menschen und Tieren und die Beeinflussung des Wetters. Englische Seher waren keine Hexen und sie waren auch keine Heiden. Sie verwendeten neben Zaubersprüchen auch christliche Gebete. Wie traditionelle Weise stellte Mary Zaubertränke und Zaubersprüche her und sagte die Zukunft voraus. Es ist nicht klar, ob Mary selbst glaubte, über unheimliche Kräfte zu verfügen, aber sie wusste, dass sie damit Geld verdienen konnte. Im Jahr 1805 besaß Mary eine Henne, die ihrer Meinung nach das Ende der Welt prophezeite. Sie legte Eier mit der Aufschrift, Christus kommt. Gegen einen Penny konnten die Leute die Henne besuchen. Wir wissen nicht, wie Mary die Leute davon überzeugen konnte, dass die Henne tatsächlich diese Eier legte. Aber irgendwann wurde sie in ein neues Zuhause gebracht und legte danach nur noch normale Eier. Mary verließ sich nicht nur auf ihren eigenen Ruf. Sie fungierte als Vermittlerin für fiktive Weise Frauen, die so weit weg wohnten, dass ihre Kunden nicht leicht überprüfen konnten, ob sie echt waren. Diese imaginären Frauen, Mrs. Moore und Mrs. oder Miss Blythe, verlangten beide eine Kommunikation per Post. Mary war für das Versenden der Briefe zuständig. Sie verlangte Portogebühren für jeden Brief, den sie angeblich verschickte, behielt aber das Geld zusammen mit ihren eigenen Gebühren. Außerdem nahm Mary an Treffen von Joanna Southcott teil, einer christlichen millenaristischen Prophetin, also einer Person, die das bevorstehende Ende der Welt prophezeite. Mary begann, Joannas Namen zu verwenden, um ihrer eigenen Arbeit Authentizität zu verleihen, und es gibt keinen Beweis dafür, dass sie um Erlaubnis gebeten hätte. Im Jahr 1806 begab sich Mary auf den Weg, der sie schließlich an den Galgen führen sollte. Sie begann, Rebecca Perrigo aus Bramley in der Nähe von Leeds zu behandeln. Rebecca war Mitte 40 und war überzeugt, dass sie an einer Nerven- oder Geisteskrankheit litt. Ihr Ehemann William schien verzweifelt nach einer Heilung für sie zu suchen. Rebeccas Nichte schlug vor, mit Mary Kontakt aufzunehmen, was zeigt, wie erfolgreich Mary darin war, ihren Ruf aufzubauen. Im Laufe von zehn Monaten erpresste Mary 70 Pfund, mehr als ein Handwerker in einem Jahr verdienen würde, Kleidung, Möbel und andere Haushaltswaren von Rebecca und William Perrigo. Ein Teil des Geldes sollte zu Amuletten verarbeitet und in Rebeccas Matratze eingenäht werden. Ein anderer Teil sollte an die fiktive weise Frau Miss Blith gehen. Mary nahm Geld für Porto, wie sie es in der Vergangenheit auch von anderen Leuten getan hatte. Die Briefe, die angeblich von Miss Blith stammten, enthielten Anweisungen darüber, welche Waren die Perrigos Mary für sie geben sollten. Aber da Miss Blith nicht existierte, würde Mary diese behalten. In den Briefen wurden Rebecca und William auch aufgefordert, alle Korrespondenz danach zu vernichten. Im Mai 1807 teilte sie den Perrigos mit, dass sie bald an einer Krankheit erkranken würden, die Gott für sie vorgesehen hatte. Um sie vor dieser Krankheit zu bewahren, mussten sie Miss Bliths Anweisungen befolgen. Wenn sie die Anweisungen nicht genau befolgten, war der Tod sicher. Mary begann, ihnen eine Reihe weißer Pulver zu schicken, mit der Anweisung, sie zu einem Pudding zu vermischen und diesen dann ganz aufzuessen. Sie garantierte ihnen, dass sie dadurch gerettet würden. Sie durften niemanden sonst etwas von dem Pudding essen lassen, nicht einmal Tiere. Was übrig blieb, mussten sie vernichten, und es war ihnen nicht erlaubt, einen Arzt aufzusuchen, da Mary ihnen sagte, der Arzt könne ihnen nicht helfen. Die ersten paar Pulver scheinen harmlos gewesen zu sein, aber das sechste Pulver war tödlich. Rebecca aß ihren ganzen Pudding, während William nur einen Löffel von seinem schaffte. Beide waren 24 Stunden lang schwer krank, aber sie gehorchten Miss Blith und riefen keinen Arzt. Stattdessen nahmen sie eine Honigmischung, die Mary ihnen gegeben hatte und die, wie sie versprach, alle Nebenwirkungen des magischen Pulvers ausgleichen würde. Am Sonntag, dem 24. Mai 1807, eine Woche nachdem sie den Pudding gegessen hatte, starb Rebecca. Berichten zufolge war ihre Zunge stark geschwollen und ihre Gesichtszüge verfärbt und entstellt. Trotz Rebeccas Tod wandte sich William nicht an die Behörden. Er beriet sich weiterhin mit Mary, fragte sie nach dem Scheitern früherer Zaubersprüche und der Todesursache seiner Frau. Er schickte der fiktiven Miss Blith weitere Dinge, darunter auch die Kleider seiner verstorbenen Frau. In einem Brief beschwerte sich Miss Blith, dass er ein schäbiges Kleid geschickt habe, obwohl sie ein passendes Abendkleid gebraucht hätte. Schließlich brauchte William so dringend Geld, dass er die in die Matratze eingenähten Amulette öffnete. Diese hätten Gold und Linen enthalten sollen, die Mary gegeben worden waren. Darin befanden sich Pennies, Fartings und Altpapier. Am 20. Oktober 1808 wandte sich William schließlich an die Behörden. Diese fanden bei Mary verschiedene Substanzen, darunter ein weißes Pulver, das sich als ätzendes Quecksilber herausstellte, das in Honig gemischt worden war. Mary behauptete, William habe ihr am Abend vor ihrer Verhaftung das Gras gegeben, um sie in eine Falle zu locken. Die Behörden glaubten ihr nicht. Sie wurde zum York Castle gebracht, wo sie des vorsätzlichen Mordes an Rebecca Perrigo angeklagt wurde. Während ihrer Haftzeit war Mary weiterhin eine schlaue Frau. Sie traf eine junge Gefangene, die ihren Liebsten sehen wollte. Mary versprach ihr, wenn sie eine Geldsumme bekäme, würde sie daraus einen Anhänger nähen, den sie unter ihrem Mieder tragen könnte. Dies, so sagte sie, würde den jungen Mann dazu bringen, sie zu besuchen. Die junge Frau brachte das Geld, doch der junge Mann erschien nicht. Als das Mädchen den Anhänger öffnete, stellte sie fest, dass ihr Geld auf mysteriöse Weise verschwunden war. Der Gefängnisdirektor schaltete sich ein und verlangte von Mary die Rückerstattung des Betrags, den sie noch nicht ausgegeben hatte. Den Restbetrag zahlten Marys Freunde. Mary wurde in dem damals neuesten Gebäude von York Castle eingesperrt. Wir wissen nicht genau, wo sich ihre Zelle befand, aber wir wissen, dass sie auf dem Hof spazieren ging, der heute Kirkgate ist, die viktorianische Straße des Museums, und dass sie zum christlichen Gottesdienst in die Kapelle kam. Während ihres Gefängnisaufenthalts war Mary nicht allein. Aus Berichten aus dieser Zeit wissen wir, dass sie ihr jüngstes Kind stillte und das Kind bei ihr blieb. Es war üblich, Säuglinge mit ihren Müttern im Gefängnis zu behalten. Im frühen 19. Jahrhundert fanden nicht das ganze Jahr über Verhandlungen statt. Stattdessen tagte das Gericht zu bestimmten Zeiten im Jahr und die Häftlinge, die auf ihren Prozess warteten, mussten bis zur nächsten Sitzung warten, bis ihr Fall verhandelt wurde. Aus diesem Grund wurde Mary im Oktober 1808 verhaftet, aber ihr Fall kam erst im März 1809 vor Gericht. Der Prozess fand im Gebäude des Schwurgerichts, heute Crown Court, gegenüber dem Gefängnis statt. Er dauerte elf Stunden, und die Jury brauchte nur wenige Minuten, um sie für schuldig zu erklären. Sie erklärte sofort, sie sei in der 22. Woche schwanger. Schwangere Frauen konnten sich auf ihren Bauch berufen, was oft zu einem Aufschub der Hinrichtung und später zu einer Verkürzung ihrer Strafe führte. Da Mary während ihrer Zeit im Gefängnis stillte, war es unwahrscheinlich, dass sie schwanger war, aber der Richter musste ihre Behauptung ernst nehmen. Er ordnete an, dass aus den anwesenden Frauen eine Gruppe von Matronen, so nannte man damals verheiratete Frauen, ausgewählt werden sollte. Das war gängige Praxis, da man davon ausging, dass verheiratete Frauen, die ein Kind zur Welt gebracht hatten, die Erfahrung hatten, um zu beurteilen, ob eine andere Frau schwanger war. Die Frauen wurden angewiesen, Marys Körper zu untersuchen und zu prüfen, ob sie die Wahrheit sagte. Sie kamen zu dem Schluss, dass sie nicht schwanger war, und der Richter verurteilte sie zum Tode durch den Strang. Mary Bateman wurde am 20. März 1809, drei Tage nach ihrem Prozess, am Galgen oberhalb von St. George's Fields, gehängt. Am Tag vor ihrer Hinrichtung schrieb sie ihrer Familie und gestand Betrugsfälle, aber sie starb, indem sie ihre Schuld am Mord an Rebecca Perrigo leugnete. Im frühen 19. Jahrhundert wurden die Leichen hingerichteter Krimineller routinemäßig der Medizin übergeben. Zu der 5000-köpfigen Menschenmenge, die gekommen war, um Marys Hinrichtung mitzuerleben, gesellten sich viele Menschen, die die Straße von York nach Leeds säumten, um ihren Sarg auf seiner Reise von York Castle zum Leeds General Infirmary zu verfolgen. Ihr Körper wurde den Chirurgen zur Sektion übergeben. Das Krankenhauspersonal verlangte von den Besuchern drei Penny pro Person, um ihre Leiche zu besichtigen. Sie verdienten damit 30 Pfund, was bedeutete, dass so einige Menschen kamen, um sie zu sehen. Ein großer Teil ihres Skeletts war bis vor relativ kurzer Zeit im Thackeray Medical Museum in Leeds ausgestellt. Auch so kann's gehen. Solche kuriosen Geschichten kommen mir immer mal unter. Was sagt ihr? Soll ich euch immer mal so etwas vorstellen? Einfach um euch auch mal was anderes zu erzählen, als dass wir gewaltig in der Patsche sitzen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich für euer Interesse. Und sollte dieses Video euch gefallen haben, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da, damit YouTube erkennt, dass diese Videos es wert sind, sie auch anderen Menschen vorzuschlagen. Mittlerweile sind es weit über 300 Videos, die ich veröffentlicht habe. Ich bin sicher, ihr findet das eine oder andere, das für euch interessant ist. Zudem veröffentliche ich täglich mindestens ein neues Video. Es können aber durchaus auch zwei oder drei sein. Damit ihr dies nicht verpasst, abonniert doch einfach meinen kleinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und in eigener Sache möchte ich ein von Herzen kommendes Danke an all meine Kanalmitglieder und denjenigen, denen meine Videos so viel wert sind, dass sie mich via PayPal unterstützen, senden. Ohne euch könnte ich diese Videos nicht erstellen. Aber, und das ist mir besonders wichtig, ich bin jedem Einzelnen von euch für euer Interesse dankbar. Ihr seid das Herz dieses Kanals und der Grund, weshalb ich die Videos erstelle. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Mystinerium.